Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich darf mich kurz vorstellen. Roland Heinze, 47 Jahre, Unternehmer aus Hamburg. Hier durfte ich bereits in den letzten Jahren zahlreiche Projekte für CDU und JU mitgestalten, sei es in der Kommunalpolitik, sei es als Landtagsabgeordneter oder als Landesvorsitzender. Ich möchte meine Arbeit gerne im Bundesvorstand fortsetzen die nächsten zwei Jahre und bewerbe mich daher um diese Position. Ich kann meine Haushalts- und europapolitischen Kompetenzen einbringen. Dabei wird es sicherlich europapolitisch darum gehen, dass wir als CDU Antworten darauf geben, wo wir mit der Europäischen Union hinwollen, wie wir sie weiterentwickeln wollen, auch ohne Großbritannien, wie wir uns die Lösung der Migrationsfragen vorstellen. Alles Fragen, an denen ich gerne mitarbeiten würde. Und deswegen bewerbe ich mich um Ihre Unterstützung.